BOOM! Sollte Auf der Dreihe jetzt auch noch ein bisschen. Juppnoyce, Kontrollen und Steuern. Juppnoyce ist groß und zufrieden. Und wir wollen schon Juppnoyce fahren. Schöner an die Strecke. Sturmfeuer. Wir haben hier schon noch ein bisschen. Letztes Mal hier. Eine alte Bahn hat er hier schon ausgefahren mit seinem Gefährt. Auf dem hohen Trinkrad, Kontrollen und Steuern. Und wir wollen dann auch hier. Die für das Ende des Laufsees. Ich kenne es auch noch mal an. Aber die sind ausgefahren. Und die sind ausgefahren. Dann, die sind ausgefahren. Und die sind ausgefahren. Die sind ausgefahren und die sind ausgefahren. Und die sind ausgefahren. Kein nix, auf den Rhein-Haben, der Backbohr von den Gebäuels. Wo ist ausgeführt? Ein Auto, der jetzt hier auf Platz 4, ich weiß nicht, ist die Linie. 2.5 oder 2.5. Hier wahrscheinlich.